Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr da mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Es gibt heute ein ganz anderes Video, als ich eigentlich geplant habe. Es ist Montag und morgen soll das Dienstagvideo hochgeladen werden und normalerweise ist es schon längst fertig. Also ich filme ja immer zeitnah und nehme mir dann Zeit zum Schneiden und so. Und das habe ich jetzt alles nicht geschafft, weil mir etwas passiert ist und das möchte ich euch jetzt erzählen. Und statt, dass kein Video kommt, mache ich jetzt so ein richtig krasses Storytelling oder Deep Talk Video. Ich habe echt jetzt ein paar Tage darüber nachgedacht. Sagst du das? Erzählst du das? Regst du dich überhaupt auf? Möchtest du überhaupt über gewisse Dinge im Internet reden? Aber irgendwie gehört das ja auch zu mir. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich das jetzt hier erzähle, euch erzähle, es ist ja auch irgendwie so, als wenn ihr da tausende Freundinnen von mir seid, die mich schon seit Jahren verfolgen. Meistens geht es mir halt besser, wenn ich das hier erzähle und das erhoffe ich mir jetzt auch davon. Außerdem weiß ich auch, dass ich jetzt keinen riesigen Mega-Kanal habe, aber trotzdem ist das auch irgendwie ein Stück weit Reichweite. Und ich habe das Gefühl, ich tue damit irgendwie was Gutes. Ich hoffe, dass ich damit was Gutes tue und euch jetzt nicht runterziehe. Also ich habe mir eine Kerze angezündet. Ich habe mir einen warmen, leckeren Kaffee gemacht in meiner wunderschönen Tasse. Ich werde auch gucken, dass ich wirklich zwischendurch trinke. Ich lege mich mal zurück. Ich bin dann kleiner und weiter weg. Es wird jetzt ja auch nichts zu sehen geben, außer diesem kleinen Erbsenkopf hier ganz hinten. Weil mir war jetzt auch wichtig, dass ich es mir gemütlich mache. Ihr könnt also gerne das wie einen Podcast nehmen und Haushalt machen oder sonst irgendwas. Es gibt nichts, was ihr hier optisch verpasst. Also vielleicht liebe tollen Pantoffeln. Mein Handy liegt hier. Kann sein, dass es zwischendurch mal klingelt, weil ich im Moment sehr im Telefonstress bin. Und warum, das erzähle ich euch jetzt. Es war Freitag und es ging mir schon nicht so besonders. Ich weiß nicht warum, aber ich war so ein bisschen dünnhäutig. Ich glaube, es war so, das war der letzte Freitag in den Weihnachtsferien. Und ich dachte irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war das so innerlich so, ja, die Weihnachtsferien sind jetzt vorbei. Jetzt beginnt wieder der Alltag und manchmal brauche ich dann so eine Zeit, mich daran zu gewöhnen. Und dann denke ich, oh, das wollte ich doch noch machen in den Ferien und so und das. Und irgendwie war ich so dünnhäutig. Ich hatte aber vielleicht auch was mit dem Zyklus zu tun. Keine Ahnung. Oder damit, dass es einfach die kompletten Weihnachtsferien jeden Tag durchgeregnet hat. Einen Tag hatten wir tatsächlich Sonne und den haben wir dann auch ausgenutzt und waren im Wildpark. Aber es war irgendwie so eine Mischung aus vielen Dingen. Und ich muss ja auch jeden Tag raus, natürlich auch mit dem Hund und immer mit den Kindern natürlich dann auch in den Ferien. Und das ist schon hart. Jeden Tag mit den Kindern und dem Hund zusammen raus, alle einpacken. Und haben die Kinder natürlich auch nicht immer Bock. Aber wir haben uns dann aufgerappelt und haben uns alle Matschhosen angezogen und sind mit Regenschirmen und Pilzkörbchen und Hund alle Mann in den Wald. Also ich mit drei Kindern und dem Hund. Und es war richtig schön. Ich habe ja auch die ganzen Weihnachtsferien keine Insta-Story gemacht. Und da habe ich das zum ersten Mal wieder gefühlt. Ich habe also Insta-Stories aufgenommen, weil es war irgendwie total schön. Und ich habe gemerkt, wie ich wieder durch meinen eigenen Feenstaub das irgendwie schaffe, mich wieder aufzurappeln. Und ich habe Storys gemacht, weil wir haben Winterpilze gefunden, Judas Ohren. Und es war total süß, wie der Kleine zusammen mit dem Hund da durch die Matschepampe ist. Und wir waren dann am Ende richtig voller Matsche. Die Gummistiefel, wir sind teilweise eingesunken. Die Kinder haben dann da gespielt und sind dann wie im Moor versunken und so. Der Hund war komplett, die Beine bis hier voller Matsche. Wir hatten ein volles Pilzkörbchen und ich war wieder so richtig wie aufgeladen. Und dann sind wir zurück zum Auto gelaufen. Und ich habe schon von Weitem gesehen, dass die Polizei an meinem Auto steht und mich zupackt. Und ich wusste, irgendwas ist. Ich dachte so, hoffentlich habe ich nicht den Kofferraum aufgelassen oder keine Ahnung. Oder mir ist einer ins Auto gefahren oder so. Ich wusste schon, das hat irgendwas mit uns zu tun. Der Otto hat schon ganz komisch reagiert. Also der Hund, wer uns nicht kennt. Und die Kinder schon. Oh, die Polizei, Mama. Und dann bin ich so ein Stückchen vor schon ein bisschen gelaufen. Die Kinder hinterher. Und dann hat die, es war ein Mann und eine Frau. Und die Frau fragt, ist das ihr Auto? Ich sage, ja. Dann kommen sie mal rum, dann sehen sie schon, warum wir hier sind. Der Otto, total unerzogen mit Schlammpfoten, freut sich, weil ich mit den Leuten spreche. Denkt, oh, die gehört zur Familie. Die ganze Zeit am Begrüßen zieht wie wahnsinnig an der Leine. Und ich sehe unser komplettes Auto an der Seite. Scheiben eingeschlagen. Alles voller Scherben. Zerkratzt durch die Scherben. Ich gucke in mein Auto rein. Alles voller Scherben. Die Kindersitze voller Scherben. Und mein Rucksack, der hinten zwischen den Kindersitzen stand, der aber gelb ist. Und man den wahrscheinlich deswegen auch durch die getönten Scheiben durch gut sehen kann, weg. In dem Moment ist in mir so viel passiert, dass ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle hatte. Aus tausend verschiedenen Gründen. Die Polizisten waren wirklich super süß. Jetzt war die Speicherkarte gerade voll. Ich bin halt echt, ich glaube, ich mache auch als Uncut und lade das einfach so hoch. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Video bewerten will, aber irgendwie habe ich was zu sagen. Ich weiß auch noch nicht, was. Manchmal erzähle ich auch einfach auf YouTube was, wo ich noch gar nicht fertig bin mit Nachdenken. Aber das ist genau mein Charakter. Das ist manchmal gut und manchmal richtig schlecht. Die Polizisten waren total nett, weil besonders die Frau, die war total jung, ich glaube, die waren erst Anfang 20, die hat sofort gespürt, dass ich meine Fassung nicht wahren kann. Und hat dann meine Kinder abgelenkt, weil mir kamen sofort die Tränen. Und dann hat die Frau richtig süß die Kinder genommen und gesagt, wollt ihr euch mal das Polizeiauto angucken? Das war auch dann für mich voll schlimm, weil ich das sofort gespürt habe, oh Gott, die will jetzt auch irgendwie die Kinder schützen, dass die Situation nicht so kacke ist. Und viele von euch denken jetzt so, wahrscheinlich auch direkt, Leute, die total klar und geerdet sind und total stabil, die sagen so, es ist nur ein Rucksack. So, ne? Es ist nur ein Auto, es ist keiner verletzt. Warum bist du direkt so emotional? Ihr braucht mir nicht schreiben, dass ich irgendwie bescheuert bin oder hochsensibel, beides weiß ich. Auf jeden Fall kann man jetzt auch sagen, man lässt halt seinen Rucksack nicht im Auto. Aber ich bin richtig wütend bei der Aussage, dass man seinen Rucksack nicht im Auto lassen darf, weil das ist mein privater Bereich. Mein abgeschlossener privater Bereich. Und wo kommen wir denn dahin, das ist ja wie meine Wohnung, das ist ja wie mein Haus. Ich meine, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, für mich ist das, lass deine Wertsachen nicht im Auto komplett gleichzusetzen mit der Aussage, hättest du nicht so einen kurzen Rock angezogen, wärst du auch nicht vergewaltigt worden. Das sagt ja auch keiner, ne? Oder das denken vielleicht manche, aber das ist ja auch gerade so in aller Munde dieses Thema. Also nur, weil andere ihr Leben nicht im Griff haben oder andere Menschen einfach ultra böse und scheiße sind, muss ich aufpassen, wo ich meine Sachen hintue oder wie ich mich kleide. Wisst ihr, was ich meine? Für mich sind diese zwei Sachen komplett gleich. Das ist so traurig, wo kommen wir denn dahin? So, ne? Und ich hatte drei Kinder dabei. Einen total bekloppten Hund, der noch nicht gut an der Leine läuft, ein Pilzkörbchen und zwei Regenschirme. Und dann soll ich noch einen Rucksack mit dabei haben mit meinem Portemonnaie, weil was soll ich mir denn im Wald kaufen? Ich habe also den Rucksack im Auto gelassen und ja, ich werde das auch nie wieder machen, aber das hat mich so fertig gemacht und noch nicht mal so krass wegen dem Rucksack. Es war ein mega emotionaler Wert, weil jede Mutter kennt auch einen Wickelrucksack. Ich habe zwar keine Wickelkinder mehr, aber das ist ein Familienrucksack. Da sind Wechselklamotten drin, da sind private Sachen von den Kindern drin, da sind emotionale Wertgegenstände drin. Und da war eben mein Portemonnaie drin, mit meinem Ausweis, meinem Führerschein, meinem Geld, allen krankenversicherten Karten, auch von den Kindern. Also irgendein Piep hat meinen Rucksack mit all unseren Daten auch. Und jetzt war die Polizei super lieb, super herzliche Menschen, die haben das menschlich einfach top gemacht. Aber es hat mir einfach nichts gebracht. Ich stand dann da im Regen mit drei vermatschten Kindern und dann sagt die Polizistin noch zu mir, weil ich wollte den Otto in den Kofferraum tun, weil der mega genervt hat. Ich war total am Ende und der Hund hat das gespürt. Der war dann die ganze Zeit an mir hochgesprungen und der hat meine Unsicherheit gemerkt oder hat irgendwie gespürt, was ist hier los. Ich wollte den in den Kofferraum tun. Dann hat die gesagt, lieber noch nicht anfassen. Und dann habe ich gefragt, warum kommt jetzt die Spurensicherung? Und vielleicht war ich auch ein bisschen frech, weil, das ist auch ein Grund, warum ich dann so irgendwie meine Fassung nicht halten konnte, dass es nicht zum ersten Mal passiert. Viermal in den letzten Monaten wurde der Firmenwagen von meinem Mann aufgebrochen und Werkzeug daraus geklaut. Egal, wo wir den hier hinstellen, ja, nur an der Firma, wo alles Kamera überwacht ist, da geht das. Aber ansonsten, egal, wo wir den hinstellen, mitten an der Hauptstraße, es wird vorzugsweise am Wochenende in der Nacht, werden die Autos hier aufgebrochen. Viermal im letzten halben Jahr ungefähr. Und einmal wurde auch unser Auto einfach, also, eingedudged, mit der Faust oder mit einem Feuerzeug reingeschlagen. Ja, die Polizei, es kommt keine Spurensicherung mehr. Es kommt niemand. Es macht niemand was. Du machst eine Anzeige gegen Unbekannt und gibst an, was dir entwendet wurde. Und damit kannst du dann zu deiner Versicherung gehen und dann hoffen, dass du nicht zu eine hohe Selbstbeteiligung hast, dass du gut versichert bist. Und dann bekommst du was zurück. Trotzdem hast du natürlich den Stress. Ich mag dieses Wort nicht, dass ich hochsensibel bin. Bin ich aber auf eine Art und Weise, es gibt ja verschiedene Typen, dieser Berg, vor dem ich dann stand, mit der Versicherung, mit der Polizei, ich muss zum Bürgeramt, ich muss einen neuen Führerschein beantragen, ich muss neue Krankenversicherungskarten beantragen, ich muss eine Anzeige aufgeben. Was war noch in meinem Rucksack? Lauter so Kleinigkeiten wie auch jetzt eine Paybackkarte oder alles Mögliche. Das war für mich ein Haufen, in dem ich saß, ein Trümmerhaufen, wo ich dachte, wie zur Hölle soll ich das schaffen? Viele von euch folgen mir auch, weil die denken, wie schaffst du das immer alles? Aber das ist mein Space. So hier zu Hause, ich sag's euch, ich könnte auch noch eine Kuh und ein Pferd und 15 Hühner hier in diesem Wohnzimmer noch halten. Und ich könnte das alles schaffen. Ich bin hier in meiner Bubble die stärkste Familienanführerin, die man sich nur vorstellen kann. Aber alles, was so draußen ist und besonders was mit Bürokratie und Politik und fremden Menschen zu tun hat, da bin ich, es ist so schlimm und schwer für mich. Ich muss mal kurz einen Schluck mit Kaffee trinken. Ich stand dann da also und die Polizei nimmt meine Daten auf, schreibt die in ihr Tagebuch und dann sagen die, wir wünschen ihnen alles Gute. Und dann stehst du da und ich war mit drei Kindern und einem Hund und es hat geregnet in dieses Scherbenauto rein und alle Kinder waren auch noch voller Matsch. Und ich weiß, ich weiß, alle Kinder sind gesund und ich rede mir immer ein, es ist nur materiell. Aber diese Wut, dass es Menschen gibt, die sehen, in diesem Auto sind Kindersitze. Ich schlage jetzt diese Scheibe ein und gucke, ob da in dem Rucksack was drin ist. Es war kein mega finanzieller Wert da drin. Und es war total unnötig. Dieser Mensch wird sich mega geärgert haben und ich hoffe, sein Herz ist zerbrochen, als er unsere süßen Kindersachen da drin gesehen hat. Ich stand dann da und eigentlich darf ich ja nicht mehr mit dem Auto weiterfahren, weil es gar nicht mehr verkehrssicher ist und ich auch gar keinen Führerschein mehr habe, auch gar keinen Ausweis. Und ich musste dann gucken. Es war auch Freitagnachmittag, sprich, unsere Autowerkstatt hatte schon zu. Und wenn ich jetzt so ein Auto, ihr wisst auch die meisten, die mir folgen, wir haben fast drei Jahre auf dieses Auto gewartet. Das war so unser großer Traum, den wir uns erfüllt haben. Und endlich ist es da und jetzt ist innerhalb von, wie lange haben wir das jetzt? Seit April, oder? Ich glaube, seit einem halben Jahr ungefähr. Ich habe es vergessen. Und dann passieren uns schon zwei so Sachen mit diesem Auto. Das ist so, ja, mein Gerechtigkeitssinn. Also ich fühle mich in dem Moment, ich möchte gerne zurückversetzt sein ins Mittelalter und mit meinem Schwert rausziehen und diesen Menschen suchen. Und ich kann ganz schwer damit umgehen, dass alles so umhüllt ist von Bürokratie und ich einfach nur von Behörde zu Behörde rennen muss, anstatt, dass mir jemand hilft, diesen Menschen zu finden, ohne Witz. Das fällt mir so schwer. Auch, dass die Kinder gezwungenermaßen das jetzt immer und immer wieder mitbekommen, was es für Menschen in dieser Welt gibt. Das ist so krass. Und dass die Polizei, es hat nichts mit der Polizei in sich zu tun, diese zwei Menschen waren super lieb. Dass die einem eigentlich gar nicht helfen. Also die kommen da hin und nehmen deine Daten auf. Aber das war's. Du kriegst dann eine Anzeige gegen Unbekannt auf dem Papier. Damit kannst du zu deiner Versicherung laufen. Aber der Rest, das ist halt jetzt so. Dann sagen die Polizisten noch, da müssen wir uns dran gewöhnen jetzt. Ich weiß, es wurde auch schon immer eingebrochen. Und wenn man einen Rucksack im Auto sieht und ja, ja, ja. Aber für mich fühlt sich das alles ganz, ganz anders an. Wir standen auf einem Parkplatz, auf einem riesengroßen Waldparkplatz am helllichten Tag. Wo viele Autos waren, viele Leute mit den Hunden spazieren waren. Und irgendein Fremder hat die Polizei angerufen. So, ich darf also nicht mehr fahren. Und es war das letzte Wochenende vor den Ferien. Und ich musste eigentlich auch mit den Kindern Auto fahren. Wir hatten eigentlich auch noch einen Plan. Es sind alles Luxusprobleme jetzt, die ich euch erzähle. Aber auch nochmal, damit man sich da mal reinfühlen kann. Dann hat mein Mann sofort gesagt, der ist ja dann auch wie ich ein totaler Macher. Und wir holen uns jetzt einen Leihwagen, damit du mit den Kindern überhaupt auch ein Auto hast. Weil man weiß ja nicht, wie lange das ist. Erstmal, das Auto war ja offen. Und wenn wir keine Firma, keine Garage hätten, wo man das Auto reinstellen kann, dann hätten wir das Auto irgendwie zukleben müssen, selbst mit Folie. Und wenn du das hier hinstellst, ich sag's euch, es war Wochenende, das Auto wäre morgen weg gewesen. Irgendeiner hätte das kurz geschlossen, es wäre einfach weg gewesen. Es wäre einfach eine Einladung, hier, geh da rein. Alles wäre eingefroren da drin und durch Nässe. Und das ist ein Neuwagen. Also du wirst einfach so damit alleine gelassen. Hatten wir die Idee mit dem Leihwagen. Und dann, mein Mann kann natürlich einen Leihwagen leihen mit seinem Ausweis. Das heißt, ich darf den aber nicht fahren, weil ich keinen Führerschein habe. Sprich, wenn ich jetzt einen Leihwagen, was ja meistens halt mega teure Autos sind, fahre und sagen wir mal, wenn du ohne Führerschein erwischt wirst, zahlst du nur so eine Geldstrafe von so 10 Euro oder so, keine Ahnung. Obwohl, ist ja alles teurer geworden. Sagen wir mal, du zahlst so 50 Euro, kann sein. Ist ja noch, weil was soll ich machen, so, ne? Aber wenn du dann einen Unfall baust mit diesem Leihwagen und du hast keinen Führerschein, du kannst ja auch keinen vorläufigen Führerschein am Wochenende holen, dann musst du diese komplette Karre bezahlen. Also hatte ich keine Chance, auch einen Leihwagen mir zu holen, wenn ich irgendwelche Notfälle gehabt hätte mit den Kindern. Es ist einfach krank, diese Welt. Also man steht dann da wirklich und man denkt sich, man zahlt und man zahlt Versicherungen und Versicherungen und du wohnst in Deutschland und alles ist safe und du denkst dir so, Hilfe? Kann mir irgendeiner helfen? Nein, so, nein, dir hilft dann keiner einfach. Wir sind dann durchgekommen und sind einfach das Wochenende zu Hause geblieben und dann das nächste Luxusproblem. Ich habe mir nach meinem Video, nach meinem letzten YouTube-Video auch aufgrund eurer Kommentare und privater Nachrichten direkt gesagt, du machst das jetzt mit dem Thermomix. So, ich habe den Thermomix bestellt und habe dann darauf gewartet und es war halt Freitag, als das passiert war und ich war Freitagabend durch. Also vielleicht können sich das manche nicht so vorstellen, wenn die mich hier sehen und ich bin auch so frohe Natur oder so, aber ich kann auch dieses, genau das andere Extrem auch ganz schlimm. Und ja, ich konnte mich selber an dem Abend echt nicht mehr aufpäppeln, außer mit einem Gedanke, als ich dann gesehen habe in meinen E-Mails, Sendungsverfolgung, Samstagmorgen kommt der Thermomix. Und ich dachte mir, okay, wir bleiben das ganze Wochenende zu Hause, wir backen 34 Brote, wir backen Kuchen, wir kochen Suppe, wir probieren dieses Ding aus, wir machen Slush-Eis selber, Kinder, wir machen uns ein richtig cooles Wochenende. Dann kommt Samstagmorgen dieser Thermomix und dadurch, dass der ja total teuer ist, kann der nicht einfach an jeden ausgeliefert werden, sondern der ist mit Identitätsprüfung. Sprich, du brauchst deinen Ausweis. Und ich denke, okay, scheiße, ich gehe rein und hole meine Geburtsurkunde, mein Stammbuch. Ich habe ja alles hier, ich habe tausend Dokumente, womit ich mich irgendwie ausweisen kann und der Mann mit dem Thermomix war schon bei mir im Flur. Ich habe ihn gesehen und meine, ich war psychisch total labil durch diesen ganzen Vorfall und meinen ganzen, ja, das ist nicht nur dieser Vorfall und dieser Rucksack, ihr dürft das nicht falsch verstehen, aber in mir kommt dann so ein Seltschmerz auf, das kann nicht jeder verstehen. Nur jemand, der auch irgendwie innen drin so eine feine Seele ist, wie ich und meine Schwester. Meine Schwester und ich, Entschuldigung, IA. Lassen wir kurz den Krankenwagen vorbeifahren. Ich sehe den Thermomix, er steht in meinem Flur und auch der DHL-Mann war wieder total lieb und süß und hat gesagt, sorry, ich kann dir den ohne deinen Ausweis nicht geben, weil auf dem Ausweis ist eine Nummer drauf und diese Nummer brauche ich. Und die steht auch nirgendwo anders, außer du hast mal ein Foto von deinem Ausweis gemacht. Da bin ich nie auf die Idee gekommen. Leute, macht Fotos von all euren Karten und habt eure Sachen immer in einer Bauchtasche am Körper oder lasst sie einfach zu Hause. Ich stand da verzweifelt, mein Mann, den gleichen Nachnamen wie ich mit seinem Ausweis, meine Mutter, den gleichen Namen wie ich, steht auch mit in dem Flur. Oh, bitte, was können wir machen? Wir brauchen dieses Gerät für meine Nerven. Es ging nicht. Er hat ihn wieder mitgenommen. Es geht ohne Ausweis nicht. So, heute haben wir Montag. Ich war heute Morgen schon bei der Polizei. Ich habe eine neue Payback-Karte beantragt. Ich habe mit der DRK telefoniert. Ich habe alle meine Bankkarten sperren lassen, meine Kreditkarte sperren lassen. Ich weiß nicht, was ich noch alles gemacht habe. Eine neue ADAC-Karte brauche ich. Ich möchte meine Versicherungen komplett ändern lassen und gewisse Sachen runterschrauben und gewisse Sachen mit Diebstahl, Einbruch, Vandalismus viel höher versichern. Also ich werde auf jeden Fall Konsequenzen aus dem Ganzen ziehen. Ich werde meine Sachen immer nur noch am Körper tragen. Und leider auch durch viele Dinge, die in den letzten vier Jahren, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber ungefähr so seit der Pandemie, schwindet mein Vertrauen in die Menschheit so heftig. Also dieser Thermomix steht jetzt bei der Post, beziehungsweise wird ab 14 Uhr bei der Post sein. Und ich werde, muss sowieso dahin, weil, ich zeige es euch noch kurz. Achtung, Achtung, für alle, die Podcast hören, es gibt doch was zu sehen. Das hier ist mein Vinted-Lager. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Pakete, die ich sowieso gleich wegbringen muss. Ich bin, ich hoffe, dass ich noch so viel Bargeld jetzt für den ganzen Versand da habe, weil ich kann ja weder mit Karte irgendwo bezahlen, noch Geld holen. Und mit dem vorläufigen Ausweis, den ich mir heute Morgen beim Bürgeramt geholt habe, da musste ich noch so einen Notfalltermin machen, weil ich habe gestern Abend geguckt nach einem Termin beim Bürgeramt und dann sagt er mir, 18. März, äh, 8. Januar, 18. März, dann habe ich da so eine Notfallanfrage hingeschickt und dann habe ich einen Termin bekommen um Viertel nach acht, aber es war halb acht. Also um halb acht wusste ich dann, dass ich um Viertel nach acht einen Termin beim Bürgeramt habe. Einerseits total geil, weil ich dachte, okay, ich kriege das relativ schnell geregelt alles. Da musste ich aber ganz schnell den Kleinen als allererstes in den Kindergarten bringen. Dann musste ich aber auch noch in der Dreiviertelstunde ja da hinfahren. Parken ist dann nicht so leicht und es auch noch schaffen, vorher noch Personalausweisfotos zu machen. Da habe ich ja auch nicht mehr. Biometrische Passfotos musste ich das letzte Mal machen. Und da war ich, weiß ich nicht, 16. Und ich habe das alles geschafft. Dann war ich da, die Frau war auch super nett. Und dann hat sie mir aber gesagt, für den Führerschein brauche ich nochmal einen anderen Termin, weil das ist in einer anderen Etage. Kennt ihr das mit dem Passierschein A38 von Asterix und Obelix? Wirklich, also es ist ja gut irgendwie, dass alles so krass geregelt ist. Aber irgendwie, wenn du dann was hast, denkst du dir auch so, gar nichts ist daran gut. Das ist so anstrengend. Mittlerweile, es ist ja jetzt drei Tage her, seht ihr, kann ich auch ein bisschen fast wieder drüber lachen. Aber es ist in mir drin, halt gar nichts zu lachen. Normale Menschen würden sagen, so, mir wurde mein Rucksack geklaut, so, leider geht weiter. Für mich bricht ein Stück wieder ab im Vertrauen in die Menschheit, wie ich das gerade schon gesagt habe. Es sind so viele Sachen die letzten Jahre passiert, wo ich mir denke, nein, ich will auf gar keinen Fall mehr was mit fremden Leuten zu tun haben. Es ist mir alles zu gefährlich. Ich vertraue immer weniger. Ich will auch immer weniger, das ist so, finde ich, eigentlich auch das Traurigste. Ich will auch immer weniger helfen und ich habe immer weniger Verständnis. Keine Ahnung, wenn irgendwie Geld gespendet wird, irgendwo anders hin oder so, wo ich mir immer denke, ach, wer weiß, ich vertraue hier gar keinem mehr. Also, wem ich immer helfe, sind armen, alten, deutschen Rentnern, die Pfandflaschen sammeln müssen. Mein Mann und ich geben dann immer alles, was wir haben, quasi ab. Und also per Augenkontakt jemandem helfen, natürlich. Aber da bin ich auch ganz oft so, dass ich da auch sehe, wem will ich helfen und wem will ich nicht helfen. Das ist eigentlich total traurig. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich, glaube ich, nicht mehr gut im Krankenhaus als Krankenschwester arbeiten kann, weil ich einfach auch nicht mehr jedem helfen will. Ich will nicht mehr jedem helfen, weil ich irgendwie ganz viel Ungerechtigkeit im Moment so verspüre. Also, es ist auch richtig krass. Also, ich habe gerade schon mal Versicherungen angesprochen. Wir zahlen, also mein Mann und ich sind beide selbstständig und wir zahlen extra ultra viel Rente. Also, wir können, wir zahlen sehr, sehr viel in die Rentenkasse ein, damit wir uns ein richtig geiles Leben machen können in der Rente. Wir haben da nämlich viel vor. Wir wollen so richtige Kneipen-Opa werden und ganz viel in Urlaub fahren und so ganz schwarz gebrannt, braun gebrannt sein. Und immer mit so einem Cocktail und so einer Sonnenölflasche, kennt ihr diese braunen Opas und Omas? So wollen wir sein. Aber dadurch, dass wir so viel in die Rentenkasse einzahlen, haben wir auch weniger natürlich jetzt zum Leben und haben weniger, was wir jetzt in zum Beispiel Kapitalanlagen oder ein eigenes Haus reinstecken können, was ja dann auch wieder eine Rentenversicherung ist, wisst ihr? Wir können unsere eigenen Rentenversicherungen, die eigentlich ja viel wichtiger sein sollte, was machen wir selbst und meine Rentenversicherung ist emotional meine Familie, die ich gegründet habe, aber ich will auch unbedingt ein Haus oder zumindest eine Wohnung selbst besitzen, wenn ich in Rente bin. Und voll viel einzuzahlen in Geld, was ja irgendwie auch gar nicht so sicher erscheint heutzutage, ist ja irgendwie voll dumm, anstatt das Geld in Immobilien zu investieren, die du ja dann sicher hast. Also das schwebt mir im Moment im Kopf rum, da werde ich was ändern, da werde ich runtergehen und in puncto Diebstahl, Vandalismus, Einbruch, Hochschrauben weniger bis gar keine, wie heißt es nochmal, was ich gerade gesagt habe, man hat, wenn man einen Unfall hat oder so, wenn man was selbst bezahlen muss? Mir fällt jetzt das Wort, ich habe es vorhin doch gesagt. Du hast so und so viel Eigen, krass, ich habe mir jetzt das Wort verborgen gegangen, egal, von dem ganzen Gelaber. Das werde ich runterschrauben, dass man sowas alles sofort bezahlt kriegt. Von mir aus bei einem Unfall nicht, aber fremdverschuldet, Einbruch, Diebstahl. Ich habe das Gefühl, dass das öfter passieren wird und wir wohnen in so einer schönen Gegend und wir waren im Wald in so einer schönen Gegend und es ist einfach kackegal. Menschen bekommen hier doch eigentlich alles, was sie brauchen in Deutschland. Wie kann man denken, oh ein Rucksack, bam, ich zerstöre alles und scheiß da drauf und sehe dann noch, da sind drei Kinderzübze drin. Also für mich stirbt da ein Stück an Menschlichkeit und das tut mir total leid und weh. Und ich bin total glücklich, dass ich meine Familie habe, die alle genauso denken. Ich bin so glücklich über meine Freunde, eine Handvoll, die ich sicher kenne und weiß, dass die einfach gute Menschen sind. Und ich bin auch dankbar über ganz, ganz viele von euch, wo ich mir auch sicher bin, dass ihr gute Menschen seid. Ich habe nämlich dann auch, mein Papa hat dazu immer AS-arme-Sau-Syndrom gesagt. Man darf sich nicht dann in sowas suhlen und sich so denken, ach, es wird nur mein Rucksack geklaut. Man muss einfach immer stärker in sich drin werden und da bin ich ja auch einfach richtig krass drin. Und ich bin sowieso die letzten Jahre immer mehr eigentlich auch zu Hause und im Wald. Ich bin immer weniger unter Menschen. Das ist auch mir mal aufgefallen, so in den letzten Tagen. Ich habe so viel nachgedacht. Ich bin viel, viel mehr, also ich verbringe Stunden im Wald und in der Küche, weil das für mich so Safe-Saces sind und jetzt kann ich nie wieder in diesen Wald gehen. Ich kann nie wieder mein Auto da hinstellen. Das ist so krass. Und mein Mann, der versteht das nicht so richtig. Der sagt, sowas passiert doch nicht nochmal. Der ist halt genau das Gegenteil von hochsensibel. Der ist absolut klar und hat, wenn man sowas sieht, dann denkt man, boah, der ist Hulk einfach. Der hat keine Gefühle. Der zieht einfach alles so durch. Und ich bin dann diese, ich habe einfach Gefühle für fünf Menschen. AS-S. Arm-Sau-Syndrom, hat mein Papa erfunden. Man darf sich nicht darin suhlen und noch eine Weisheit von ihm war, du darfst ruhig mal in ein Loch fallen. Du darfst nur nicht anfangen, da unten zu tapezieren. Und das ist mir wirklich an dem Wochenende sehr, sehr schwer gefallen, diesen Weltschmerz irgendwie zu kompensieren. Und ich denke dann echt immer so direkt, ich gehe gar nicht mehr raus. Ich will nichts mehr mit Menschen zu tun haben. Ich will meinen Bauernhof haben. Ich will Ziegen haben. Ich will den ganzen Tag Brot backen. Ich will gar nichts mehr mit irgendjemandem zu tun haben, außer mit den Menschen, die ich schon mein Leben lang kenne und wo ich mir sicher sein kann. Alles da draußen in dieser Welt. Und irgendwie denke ich dann manchmal, bist du irgendwie verweichlicht? Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Ich bin in mir drin so krass gewachsen die letzten Jahre. Ich bin so stark geworden. Ich habe so viel gelernt. Aber das da draußen macht mich teilweise total komplett fertig. Und mit dem Arme-Sau-Syndrom habe ich dann halt auch, als ich mich gesuhlt habe, so gedacht, okay, es gibt einfach Menschen. Ich meine, es gibt auch Mörder. Also da ist mir ein Rucksackdieb nichts gegen. Aber es gibt einfach Menschen, die haben keinen Respekt vor deinem Eigentum, keinen Respekt vor Kindern, vor Familien. Die sind einfach so unglaublich ekelhaft. Und dann habe ich so gedacht, habe ich eigentlich schon mal irgendjemandem irgendwann mal was angetan? Ich bin mal fremdgegangen früher. Das war nicht so cool. Also nicht mein Mann, sondern ganz früher. Das ist mir dann so eingefallen. Das war richtig scheiße. Das war auch nur ein Kuss. Aber es war richtig scheiße. Und ich war jugendlich und betrunken. Aber ich habe noch nie in meinem Leben irgendjemandem ernsthaft Schaden zugefügt. Und dann habe ich mir so gedacht, mache ich aber ab jetzt auch. Der nächste Rucksack gehört mir. Und da muss man aufpassen, dass man wirklich hier in dieser Welt nicht so wird. Und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Man muss sich echt erden. Und man muss bei sich bleiben und bei seiner Familie und seine Familie schützen. Und muss versuchen, nicht paranoid zu werden. Echt. Das ist richtig schwer. Für mich. Ich fühle mich richtig bescheuert, dass ich dieses Video jetzt hochlade. Und ich hoffe, dass es mir besser geht, wenn ich eure Kommentare lese. Aber es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles so schonungslos gesagt habe. Ich werde jetzt dieses Video einfach so reinhauen und durchziehen, dass es auch wirklich morgen online geht. Und dann werde ich zur Post gehen und eure ganzen Pakete wegschicken. Ich werde euch nochmal mein Vinted-Profil in der Infobox verlinken, falls ihr auch noch bei mir Second-Hand-Sachen shoppen möchtet. Es macht richtig Spaß, weil ihr mir dann auch immer schreibt, boah Josi, du bist ja hier, dass du Vinted hast. Wie cool. Und dann kann man bei mir Kinderklamotten kaufen, alte. Und ich hatte auch Vinted-Pakete im Kofferraum. Zum Glück sind die da geblieben. Wenigstens etwas. Wisst ihr, was auch richtig krass hilft? Gegen Diebe, Einbrecher und sonst was alles hier rumläuft? Hunde. Holt euch mehr Hunde. Wenn ich mit dem Otto draußen rumlaufe und der sieht ja wohl wirklich mal nett aus. Der sieht aus wie ein lustiger, trotteliger Eisbär und wedelt jeden mit seinem Schwanz an. Die Leute, von denen ich Angst habe, wechseln die Straßenseite. Die haben alle Angst. Also ich, der André, mein Mann, hat letztens gesagt, wenn wir ein Haus haben, holen wir uns irgendwann mal noch einen richtigen Hund. Weil der ist einfach, der ist so fröhlich, der ist so süß und witzig. Aber der meint halt, wir brauchen nochmal irgendwann so einen Wachhund oder so. Aber der Otto würde sich über jeden Einbrecher übelst freuen. Könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, wie euer Hund wäre. Und wie macht man überhaupt aus einem Hund einen Wachhund, ohne den schlecht zu behandeln oder so? Geht das überhaupt? Ja, auf jeden Fall sind Hunde immer eine super Abschreckung. Aber ich kann ja nicht, wenn ich mit dem Hund rausgehe, einen Hund im Auto lassen. Ich werde nichts mehr im Auto lassen. Und ich weiß das, dass man nichts im Auto lässt. Aber darum geht es mir nicht. Es geht mir um diesen Eingriff in die Privatsphäre, dass jemand meinen Rucksack mit meinen persönlichen, emotionalen Dingen jetzt bei sich hat. Oder der einfach irgendwo in der Mülltonne liegt, weil da einfach nichts Finanzielles drin ist. Und für mich so ein Rattenschwanz dranhängt an Arbeit und auch Geld. Der Personalausweis, den zu beantragen, hat mich jetzt 47 Euro gekostet. Der Führerschein auch nochmal. Jede Bankkarte 9,90 Euro. Es ist super viel Geld und unfassbar viel Arbeit. Und auch heute sollte eigentlich ein richtig positives, schönes Video für euch kommen. Aber auch meine Arbeitszeit ging nicht klar. Das ist auch wieder Verlust für mich. Aber ich haue jetzt einfach dieses Video raus. Und ich weiß nicht, was das mit euch machen wird. Ich weiß nicht, was das mit mir machen wird. Hoffentlich lösche ich es nicht wieder nach einer halben Stunde, weil ich mich doch schäme, dass ich das alles gesagt habe. Aber ich mache es jetzt einfach. Tschüss. Tschüss.